Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns, bei der Burg. Es geht weiter im Keller oder im Verlies, Kerga, wie ihr es sehen möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß. Und habt elf Tode. Er hat natürlich nicht viel die Wassereier mehr gegeben. Oh. Hier ist Wasser auf jeden Fall. Ich habe auch Wasser. Kannst du die ganzen Dinger schon mal aufhören. Danke. Wir sollten fest. Oh, das ist eine unendliche Sache. Wenn wir ganz nett sind und nicht viel... Äh, du hast die unendliche Wasserquelle weggemacht. Ob ich? Ja. Noi. Eins, zwei, drei. Wir brauchen eine vierte Kiste noch. Warte, ich hole da jetzt Wasser. Wenn wir... wenn wir nicht so viel Gefängnis mit saßen haben, dann könnt ihr selbst vielleicht in so eine riesen Viererzelle kommen. Ja, das ist auch fertig, ganz. Über eine Kiste, im Bett. So, vier... Ah, ne, da finden die Leiter noch. Ups, leider habe ich schon. Wasser, 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 Wasser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Äh, wir können elf Leute ins Gefängnis hauen. Oder mehr natürlich. Tumor hat ja im Zwischenlager noch schnell welche reinhauen. Nochmal hier vorne inzwischen. Wir sind vier Leute. Weiß ich nicht, du hast nicht mehr viel über einen zum Schluss im Dorf mitmachen. Wenn man schon fisch zeigt. Ja, aber jetzt gerade haben wir vier und wenn wir dann noch drei, vier weiter haben, dann sind wir acht. Und wenn wir dann irgendwie unsere anderen Mädels noch irgendwie dazu brechen, äh, irgendwie sich ein Haus zu bauen. Du weißt schon, wir sind ja einfach, äh, ich bin ja Leiter, äh, Leiter, Junge, ich bin so dumm, Junge, ich bin ja Admin ja vom Clan, ich bin so wieder Oberboss. Und ihr vier, und ihr, ne, ihr drei, sei ja im Moderator, wir bestimmen ja. Die anderen sind alles ja im Bus mit Gläder. Soweit. Und, äh, die können halt sich noch Bilder machen, aber wir sind halt die Oberboss. Deshalb. Ups, ich hab Tim zum Leiter gemacht. Scheiße. Ich hab den zum Admin gemacht. Fick. Um schnell rauszuweisen. Dem. Musst du noch irgendwas Wasser rein, ne? Wenn du über Wasser reingetan hast, dann. Es ist der Moderator. Äh, ups, ich hab Tim, ah, ich wollte dich machen. X-Hattie. Oh, das ist Hattie? Es gibt, ah, ups, äh. Ah, es gibt kein niedriger Rang, was, was die bekommen kann. Ups, hab den falschen Kommentar gegeben. So, Bilder. Moderator. Ich muss mal Black-Tracken. Ey, wie waren die Scheiß, die immer und die Zahlen? Ich vergesse mal die Zahlen 7. 2, 7, 2, 8. Oh Gott, hab ich eingegeben. So, natürlich wenn der jetzt tatsächlich immer so oft online kommt, dann kann es sein, ob es noch da Bilder ist. Da tausend noch was zu sagen, aber ihr habt nur mehr. Yay. Wir können bis zu wie viel, warte mal. Warum ging jetzt die Tür nicht auf? Wir können hier bis zu wie viel, ich bin ja, ich muss mal kurz den Thron steigen. Ich denke komisch, aber egal. So, wir haben hier einen Oberboss. Und wir können 1, 2, 3, 4, 8, 8, die immer hier Besprechung, Alter. Wir haben Besprechung. Irgendwann, es passt ganz genau. Irgendwann, es passt irgendwie. Da muss ja vorne bloß noch einer stehen. Ob du in das Gefängnis kommst, du natürlich nicht. ganzesi Hetter war. Und ich weiß nicht los, ich bin nicht auf dem Thron sitzen. type GmbH im ==== Du musst dir vorstellen, ich hab mir heute schon dachte, warum noch mal das sein, wir entscheiden über ein einziges Spezialismus als Angrupf. sind wie entscheidend über einen menscher sterben wird wohl nicht damit als gefängnis konnte weiß ich was kopf ab nun werden lieber hierhin zu sagen können aber ein Prozent um Herzer besser sehen und stattdessen ich bin ich mein Herrscher das ist ja nicht anders er ist ein ich bin ich bin leider ich bin halt vom Kleiner Boss aus welchen auf den Trom befördern weil ich das nicht möchte weil ich die Verantwortung übernehmen möchte ich habe so viele Projekte über die verantwortung übernommen meistens weil keiner mit mir sagen wollte deshalb mache ich das nicht noch mal das heißt was schiefgegangen war ich alle aufgeregt das hat macht es sich mal nicht der Witz ist können jetzt könnte ich mich eigentlich zum Moderator machen aber gar kein Boss und keiner kannst du kann zum Boss ernannt werden es ist ja auch neu jetzt ist doch doch das ja du musst überlegen der Thron werden noch mal mindestens drei Blöcke höher ich muss dir in die kleinere Version machen um 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 Götzirken Pro die Witz erwerbten verziehen um ja hallo Schafe bei und als Gefängnis ich glaube das ist nicht mehr warum kam sie ja nicht auf dings es ist nicht mehr er wo ist sie offline nein sie ist auf knocke ich schreibe einfach mal an ja das ist er gesagt ja er hat schon gesagt nein das ist sie ach man es tut mich immer über die tüge anscheinend was es ist ich hatte auch verwirrt und dann habe ich gefragt und dann hat es gesagt das ist nein er und ich dachte auch es ist sie nein ich sage jetzt die tollsten sie weil ich sie nicht kenne einfach aus der hüftigkeit her sagt stu sondern sie sie wie geht es ihnen so sie sind weich etwas können sie mir helfen okay erstmals ja sie kennen sie auch ja ich wollte ihn auch erst mit dem dorf dann reinholen das würde ich auch erst sagen kann sich mit man sie kate schon mit arm sich verbünden und schon mal sammeln und bis überlegen wie sie baust muss natürlich mittelalter schoss stil haben und auch nicht ein haus was 50 mal 50 blöcke groß ist wer ist nico kuh das ist der typi von gestern einer von den typis weil du ich bin so dumm und hier aber er bautenbrecher kenne ich auch der andere der typ mehr hi lama warum hat warum in die schien lama und ich kenne ich hängte ich hätte ich es ist erwischt ein löser dieses stimmte darf das kopf und kreis der artes in dir er hat auch vorgeguckt er x 0 0 crazy doc 0 x nee ich darf nicht er in die aufnahme machen schreiben weil es ja wir teil werbung schreiber im privaten ab ok ja dann stopp ich mal ganz kurz reden damit der andere ich frage sie mal ob die ts kommen möchte und immer noch bei uns mitmachen möchte frage ich sie mal und dann würde ich sagen sehen wir uns gleich oder das video vorbei gucke ich dann wie es geschnitten wird und wenn dann würde ich auch irgendwie so ein bisschen in der liege haben dass man schnell hinkommt ohne holmes oder so und weiß hexen oh creeper kann 2 in der mann so wir sind wir zurück im spiel oder halt weil wir aufnahme wollte man sagen äh ja ich brauche aber da hier hat doch gerade ein enderman wo ist da hin keine ahnung so da hier ist ein enderman hier ender doch da ist er doch enderburg ist er hä hier ist auch einer und enderburg ist auch einer läuft hier wo ist er hin oh jetzt sind wieder hier zwei zwei creeper wo ist er hin hier ist ein enderman hier ist wieder eine schlucht junge unsere schlucht ich weiß nicht wir haben hier eine riesen schlucht die einfach wir haben hier mehrere schluchten ja das ist hier haben mehrere schluchten die zu einer verbinden irgendwie kann das sein ja könnte es sein praktisch theoretisch ja wie nur die die level haben hier sind einfach zwei schafe oh nein ah zombie warum fragt der eine typ noch ob er überhaupt bei jemandem mitbauen kann es wird eh keiner ja sagen wer der tisch könnten wir ja sagen das muss ich mir muss in den prozess wie ein fehlender tse hat da muss mit dem wir erzählen da muss ich jetzt wieder mit mindestens zwei tage erst mal beobachten und mit dem was machen und dann auch gott habe ich keine Lust drauf er muss gucken wir eigentlich viel bist du gestorben die meisten leute die fragen ob sie mit spielen können Die spielen noch nicht bei einem Tag Und wenn sie an dem Tag keine Antwort kriegen Dann spielen sie meistens auch nicht weiter Ich verstehe diese Lichtspark nicht Bei mir ist es dusch so Und die Lava leuchtet nicht Ja, kann so So wie es eigentlich normalerweise leuchten muss Junge, es gewittert selbst Ja, es gibt mir das Gewitter Das Gewitter geht mir so auf den Sack Ich hoffe, man hört mich eigentlich schon Ihr seid am Bauen und ich am Dias fahren Ja, ich bin auch gerade am Farben Ah, Zombies! So, du machst das Ding noch ein bisschen schöner hier Oh Gott, ich habe gar keine Lust da drauf eben So Baust du das Lager jetzt oder Kann ich auch machen Kannst du machen, okay Dann tue ich die Deck jetzt noch mal Weil Lager wäre ja eigentlich schon alles drinne Du kannst auch so mal zusammenspielen Ja, natürlich Das kann auch so Oh, warte mal, ich schau mal Was, äh Kohle, Kohle, Kohle Okay Wie sie die Level haben Ich baue die erste mal mit Silk Touch ab und dann baue ich die erste meiner Base ab Okay So, dann baue ich mal Das Gewitter, das geht mir so auf den Sack Leckt bei euch gerade das Game auch so hart? Äh, nein Ich meine, wenn es regnet, leckt es bei mir Okay Einmal ist Wetter Es gibt bei Wetter, äh, von der Geräuschkulisse Null und Aus Ja, äh, ich würde gerne jetzt mal wissen, was der Sinn dahinter ist Äh, Null und Aus Mein Null ist für mich Ich schaue nichts mehr Okay Aus Und wie ist aus? H genau das gleiche Was ist das gelockt? Peace Also einer von euch kann gleich mal zum Spawn kommen, weil ich hab was für euch Aber er dauert noch ein bisschen Ja Ja Ja, so geht Was soll man sonst sagen? Sollen wir ja sagen, oder? Nein, oder? Kann man sagen, weh, kein Bock, Junge, oder? Dieses Gewitter, du bist irgendwie gefühlt 12 Blöcke unter der Erde und hörst immer noch Ist so, wie ich gleich lieben dir das Gott, ich hoffe, ihr schlägt nie hier einen Blitz ein, oder wo? Doch, ich hoffe Ich meine, bei uns ins Dach, dann haben wir ein bisschen was zu tun Ja Ich glaube, das geht nicht mal, dass ein Pilz ins Dach einschlägt und es dann brennt, oder? Doch, das tut eigentlich, wenn es nur einschlägt und, äh, bald aus, was fängt an zu brennen Ja, auf jeden Fall in einer neuen Version, ich hab mir ja nichts zu essen mit Ja, wenn es einschlägt, brennt ich Ich finde 1.8.9 ist die beste Version irgendwie Ja, das ist auch Also generell auch wegen Navy-Mush Also generell auch wegen Navy-Mush Der ganze neue Scheiß ist irgendwie so unnötig Ich spiele Ich spiele Mein Link ist ja so, das ist ja 1.12.2 Einfach so, ab 1.12, weil erstens habe ich hier eben Optifine drauf Und zweitens, hast du wenigstens die ganzen, äh, etwas noch in Redstone-Techniken Was teilweise halt Ja, mein Bestes, das verstehe ich, das ist wirklich das Beste Aber allgemein mag ich das, diese neuen, ab 1.13 mag ich überhaupt nicht Nein, ich 1.12.2, ich hab die immer meistens drin, einfach auf meinen Surfern, weil das einfach, äh, gechillt hat Du hast die ganzen neuen Zeug, aber du hast das alte noch Und die Kampftechnik müsste auch noch so sein, wie früher, glaube ich, weiß nicht Ja, ich, äh, ne, glaube, ich glaube, also ab 1.9 war, glaube ich schon, dieses Kack Warte, dann würde ich sagen, was ihr an dieser Stelle mit dem Video gefallen hat, lass ein Like und Abo da Und tschüss, bis zum nächsten Mal und tschau, hau